Tag auch, Glück auf und herzlich willkommen. Schön, dass ihr mit am Start seid hier auf KönigsblauTV. Mein Name ist Kesti. Wenn dir der Content hier gefällt, lasst gerne ein Abo auf dem Kanal da und schau mal regelmäßig rein. Warum spreche ich heute mit euch? Und zwar Peter Knebel hat er in den Sack gehauen. Der wird bis Ende der Saison noch bei uns sein und wird dann offensichtlich in die Schweiz ziehen. Er hat selber bekundet, dass er ganz gerne in die Schweiz ziehen möchte. Das sind einfach seine persönlichen, privaten Pläne. Inwieweit das natürlich immer so stimmt. Und mit Sicherheit wird er in die Schweiz ziehen. Das glaube ich schon, dass das stimmt. Aber ob das der ausschlaggebende Punkt war, um jetzt in den Sack zu holen, ist natürlich die große Frage. Intern stand er stark in der Kritik. Laut der Bild-Zeitung ist er auch oft wohl für Probleme, die auf Schalke. Schalke gewesen sind. Ja, einfach hergehalten wurden seitens des Aufsichtsrats. Ich finde das ein bisschen, ich finde die Berichterstattung der Bild, muss ich da wieder sagen, finde ich grundsätzlich eigentlich schon immer sehr tendenziös. Weil der Bild-Zeitung kann man durchaus eine gewisse Nähe zu Clemens Tönnies auch nachsagen. Und irgendwas rumort ja wieder mal auf Schalke. Irgendwas ist da ja wieder am Brodeln. Gerüchte, weil es sollen ja sehr, sehr viele Mitglieder auch eine Rückkehr von Clemens Tönnies in irgendeiner Form auf Schalke auf jeden Fall wieder fordern. Deswegen sind solche Berichte seitens der Bild-Zeitung für mich auch immer sehr stark mit Vorsicht zu genießen. Ja, auf jeden Fall. Fakt ist, Peter Knebel hatte einen sehr schweren Stand auf Schalke. Der hat, aus meiner Sicht, hatte er einen Fehler letztendlich auch, den er einfach mit sich gebracht hat. Und zwar, ich fand, der war tendenziell einfach zu nett. Schaut euch an, wie kann man jemanden nach Hause schicken, nachdem er in den Sack gehauen hat, sprich Ruven Schröder. Und kann ihm dann noch hinterher sagen, ja, die Zeit war so toll mit dir und es war so schön. Obwohl der gerade einfach das sinkende Schiff verlassen hat, aber zu Anfang der Bundesliga-Saison. Wie kann man da jemanden noch so nett hinterher rufen? Wie kann man da in dem Moment nicht umschalten und in den Vereinsmodus gehen und sagen, ey, hör zu, wenn du hier, war schön und gut die Zeit jetzt mit dir. Aber wenn du jetzt gerade hier dich verpisst, sorry, aber dann, ja, dann brauche ich einfach diese Rede nicht zu halten. Ich kann ja privat von ihm halten, was ich will. Aber ein Zeichen von Stärke war das aus meiner Sicht nicht. Und dementsprechend, ja, ist Peter Knebel für mich einfach, ja, jemand, der nicht unbedingt ausstrahlt, das, ja, nicht unbedingt ausstrahlen kann. Hey, Leute, so geht, hier geht's lang, in die Richtung marschieren wir. Und sowas konnte Ruven Schröder beispielsweise. Ruven Schröder, den hast du auf die PK gesetzt, den hast du einfach da sitzen sehen und du hast dem verdammt nochmal alles geglaubt, was der gesagt hat. Und wenn er gesagt hat, wir laufen jetzt in die Richtung, dann laufen wir in die Richtung, ja. Das hat einfach Spaß gemacht, dem Mann zuzuschauen bei der Arbeit. Genauso ist es früher bei Rudi Assauer gewesen, bei Huub Stevens, ja, das waren richtige Führungspersönlichkeiten. Peter Knebel ist natürlich auch eine Führungspersönlichkeit auf seine Art und Weise. Er braucht aber jemanden, der eben genau das ausstrahlt, weswegen das ja auch wunderbar funktioniert hat in Kombination mit Ruven Schröder. Ja, mit André Hechelmann, ich will mir noch kein großartiges Bild über André Hechelmann machen. Der ist für mich viel zu frisch, als dass ich da irgendwas Sinnhaftes schon irgendwie zu sagen könnte zu Hechelmann. Nee, das finde ich schwierig, den Mann auch schon zu bewerten. Ja, bei Peter Knebel muss ich ganz klar sagen, ja, irgendwie der Schritt, der war jetzt überfällig. Ja, es ist schön und gut. Es hat bis zu einem gewissen Zeitpunkt sehr gut gepasst. Eben, wie beschrieben, in Kombination mit Ruven Schröder hat das sehr gut funktioniert. Aber jetzt aktuell in der jetzigen Situation ist er einfach nicht mehr der richtige. Weil, sorry, schaut euch die letzte Saison an, wie die abgelaufen ist. Schaut euch diese Saison an, wie sie jetzt aktuell abläuft. Das ist auch einfach eine Geschichte. Da muss der Sportvorstand für gerade stehen. Und Peter Knebel macht das jetzt und nimmt selber den Hut und geht. Und ich finde, das ist die richtige Entscheidung für ihn und auch für Schalke 04. Und ja, das war mein Kommentar dazu. Wie siehst du das? Schreib es in die Kommentare. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Denkt dran, heute 19.04 Uhr, Schalker Dreisel. Da werden wir direkt auch über das Thema Peter Knebel natürlich sprechen. 19.04 Uhr, heute auf dem Kanal Schalker Dreisel. Macht es gut. Glück auf. Ciao. Ciao.